Wir müssen schnell gehen. Versuch, weiter zu halten. Ja gut, also ich habe gerade nachgeschaut. Es sind 9 für die Menschen, 7 für die Zwerge und 3 für die Elben. Genau. Ja, das sind 9 für die Nazgums. Sie wollen so groß wie Shilob. Zusammen haben sie eine schreckliche Kraft. Okay. Okay, aber ich spreche den Elben um einen Schulterstoß anzugreifen. Oh Gott. Ich spreche. Die Nazgums sind nicht die verfallenen Menschen, von denen ich geredet habe. Könige. Wir hatten jeder einen Ring und jeder von denen sind ziemlich stark. Wie sind diese Ringe? Weil die Ringe alle von Sauron schon angegriffen wurden. Oh Gott, ich hoffe jetzt nicht, dass Shilob jemand in die Action kommt oder so. Ich schaue wieder weg. Ich schaue wieder weg. Ah, yes. Ah, yes. Bitte, was? Warum? Schilow, bist du eine richtige Frau? Oh, nein. Spass mit. Ich bin eine richtige Frau. Ich meine, so. Ach, kann sich jeder so einen eigenen Teil darüber denken. Ich meine es nicht mehr, Riff. Ich bin eine richtige Frau. Ah, nein. Deine Legend ist wahr, Celebrimbor. Dieser Ring ist anders. Wir können ihn benutzen, um Sauron zu töten. Nein. 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 Ich schreibe die Menschen, die durch diese Ring. Ich bin nicht einer von ihnen. Wenn die Zeit kommt, werde ich was brauchen. Ich bin nicht mehr, wie du siehst. Die Ringwraiths werden, wie sie immer wieder zurückkommen. Nein. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. mit dem ersetzungsbefehl kannst du deinen eigenen flusslaute zwischen den gebieten verschieben genau das mal etwas ruhiger mit dem nicht ganz im Heckmeck du hörst du das so? das ist Karnan's das ist unsere Begründung Talion wir brauchen unsere Arme Oh, wir können gleich unsere Armee. Das ist cool, das ist cool, das ist echt cool. Also im letzten Teil, kenne ich das noch. Dann, der Erkrankung ist voll von Kriegern. Unsere Kriegern. Was ist eine Beherrschung? Erschaffe mit dem neuen Regen eine Armee, in dem du Orks beherrscht. Halte L-Shift zum Schleichen gedrückt und drücke dann E für eine Schleichbeherrschung deiner Ziels. Halte Außerhalb des Schleichenmodus E zum Beherrschen eines Orks gedrückt. Alle Aufzählerausfähigkeiten beherrschen, das Ziel jetzt auch, genau wie das Verhören eines Orks. Unsere größten Assetzungen sind die Kraft des Ring und der Stärke. Wenn möglich, sollten wir uns nicht entdeckten bleiben, bis wir die Beherrschen in unserem Favorit haben. Die Archer werden noch mehr als unsere Wettbewerb, sondern unsere Augen. Okay. So. Ich. Und drum. Gehen wir auch schon mal rüber her. Und. Zack. Hier gleich für uns hier. Cheer. Wir sehen gleich für uns heute. Hey! Was ist passiert mit dir? Es ist nichts zu tun. Du musst deine Hände fokussieren. Du weißt, was wir heute machen? Warum ich mich fokussieren auf dich? Was ich mich nicht fokussieren? Wie stark wie diese Krieger sind, sie können mich nicht resistieren. Okay. Gut. Und. Hier sehe ich. Wie sich die Farbe auch ändern für die Farbe der Rüste erinnert. Und dann durch das Landschaft das Rot. Und zack. Es bleibt. Das ist nicht so. Warte, was ich knappe? Die Servanten des dunklen Lorde werden uns geworden. Ich dachte, was immer da war? Wir müssen einen Befehl finden. Reynard, du bist ein Befehl! Reynard, du bist ein Befehl! Lass uns unsere Worte testen. Was ist das? Oh, Lord! Ah, X! Oh! Was? Ja, zack! Na ja! Und tot! Und... Tot! Da haben wir noch welche. Zack! Und tot! Ja, ne, ist auch noch abgeschlossen. Der Sturz. Alter, was? Wie viel? Fähigkeitspunkte haben wir bekommen, okay. Was nehmen wir denn? Vergeltung? Nee. Drachen haben wir schon. Was ist das Karagor? Okay, nee. Ich brauche was Gutes. Drückewände, Schadenangriff, X oder Z, um weitere Feinde anzuspringen. Also nicht gut. Was ist das? Leibwächter? Achso. Achso. Was ist das? Spinenschwarm, oh Gott, Alter. Eisenwächter. Was sind Eisenwächter? Ah, okay. Cool. Was ist das? Erhalte macht für jede Tötung, während... Deine Chance auf den kritischen Treffer steigt erheblich, solange der Treffer sehr über 20 liegt. Hm. Und dann... Wenn du linksgekriegst, wenn dein Treffer landet, um deine Chance auf den kritischen Treffer ewig zu stärken. Okay, nee. Gut abgestimmte Konter gewähren dir einen Elbenbeschuss. Weil es doch jeden Konter macht. Noch was. Achso. Warte mal kurz. Achso. Warte mal kurz. Ah, nee. Das ist gut. Das will ich auch mal. Dieses Geisterschild. Muss ich nicht immer abbrechen. Hm, okay. Regen der Macht. Teil der Natur. Das heißt, wir können da noch... Wo sind wir gerade? Da. Das heißt, wir können mal neue Orks holen, ja. Herr Star. Es klingt zu uns. Wir müssen uns nicht beobachtet werden. Unsere Armee ist paramount. Wir müssen doch gleich hier, ne? Dings. Seltsame Musik zieht dich in die Welt der Nuance. Es wird Zeit, ihrem Ruf zu folgen. Oh. Was haben wir da? Ähm. Was haben die da? Hier ein leichtes Ziel. Okay. Ich brauche noch mal Informationen von denen. Was ist denn deswegen? Aber. Warte, lass mich in die Ruhe spielen. Ohne Spaß. Warte, wie lang ist denn ich bin? Das ist noch zehnmal schnell, das ist noch ein bisschen stärker, ne? Ähm. Was kann ich da drücken? E? Ach, da E. Das war's, okay. Dann rede ich mal weiter hier. Der Karakor, den ich gezähmt hab. Und da rüber. Da war gar nicht so weit. Absteigen. Und darauf. Unbekannter Hauptmann. Hallo. Dankeschön. Dankeschön. Fuss. Ich warte mal wieder. Was ist denn, was geht's jetzt bitte? Was ist denn eine Falle? Oh mein. Wir machen uns bisher anders. Wir gehen jetzt einfach mal wieder auf. Hier. Das ist der Ende. Das habe ich jetzt vielleicht nicht erwartet, was ist passiert? Ich richte für andere Erfahrungen, sogar. Das war ein Verbündeter. Wie ist die Leute hier gar nicht juckt? 5 war es, ne? Achso, dann 5 war Eldenblut. Nein. Oh Gott, warum habe ich Eldenblut verwendet, wenn er gar nicht mehr da ist? Verdammt. Oh Mann. Was war denn, was war denn die Taste 4 oder so? Das kann doch nicht mehr sein, aber gut. Ah, ich bin confugt. Ich bin confugt, so. Oh, Alter. Ah, komm. Boom. Gut. Nächster. Tod. So. Jetzt sind wir mit schissen Schilden. Packschilden. So. Auf gesegelt. Was wollen die Orcs, bitte? Die U-Orcs hier. Die kleine Arbeit, die U-Orcs am Start oder so? Oh. 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 Well, we are going on. Oh, oh. Oh. Was ist denn mit der Falle? Der Häuptling hat eine Falle gestellt. Lock ihn hervor, indem du sie auslässt. Oh. Natürliche Geschwindigkeit. Was? Lock ihn an der Jammer. Jammer hervor. Achso. Indem du in schneller Folge Feinde aus dem Schatten heraus trittest. Was ist mit der Falle? Die haben wir aus Problemen. Das war ganz komisch. Ich wollte wieder mit der Elbenmacht ausfüllen. Was ist denn die Falle? Natürlich machen wir das. Was ist das? Löse die Falle aus. Soll ich die Falle wieder auslösen? Ich trinke kurz was. Okay, gut. In diesem tötte ich nicht einfach alle, sondern... ...beherrschen. Das ist eigentlich ziemlich gut, dieses Beherrschen. Kann ich ein paar von den feindlichen Orks... Na, Ur-Orks meine ich... ...abgeben an die da. Und hier noch? Ist er gerade irgendwie eingefangen? Oh, da. Okay. Okay. Aber wie man das nicht merken kann, dass das eigentlich... ...eine Hand auf dem... Ich hinterfraue das mal nicht. Mhm. Mhm. Bisschen vorsichtiger bleiben mit dem U-Lock, ne? War ich denn U-Lock eigentlich? Oh. Das wollte ich nicht. Ich war da hinten um. Ja ja schon. Guck mal. Wann den Raub nehmen wir einfach Leute? Er steht da im Lang. Uh. Ne, ne. 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 Ninii Ninii Hast du ja kein Outmater vorne gehabt? Easy Ja du komm her jetzt hier Ich guck's auf meiner Seite Wenn ich... Ach jetzt Komm Kawaga Du kommst auch auf meine Seite Kawagawa 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 So Tschau Kannst ja alle für mich kämpfen dann Ich will wieder nach oben Bisschen Safes Bisschen Schatten und so Die ganze Leben da vorne Da oben retten Und vorerst der Front Hm wie wärs wenn ich die jetzt anfange Ach die So Tack Ja viel Spaß So ach dann müssen wir einfach angreifen Wenn wir sie sehen Und dann Habe ich mir näher gegeben Ähm Z Sterben sie nicht gleich So Und da vorne Und da vorne So Habe ich vielleicht ein paar Habe ich vielleicht ein paar Ähm Ein paar Orks die für mich arbeiten Hm da vorne Komm Komm her Komm her Beruhig dich Beruhig dich bist du So So Ganz ruhig Ganz ruhig Ganz ruhig Da ist kein Ranger oder sonst was Was sollen wir diese Falle hier Geil Durch die Statur Mhm Ähm Ähm Ich muss kurz immer stehen bleiben Danke Oh 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 Das war der so verrückte Turm da, oder? Das ist cool, oder? Aber bin ich gerade einfach da? Bin ich gerade da? Wie ich gerade da war, oder? Okay. Es war sehr ernst, mein Master mit mir zu beschützen. Aha. So, warte. Dankeschön. Ich habe jetzt... ich habe keinen Zorn mehr da rumgeflogen. Verdammt. Verdammt. Schade, ich habe keinen... Das ist ein Zorn da rumgeflogen, nicht mehr. Das haben wir auch wegen der Macht. Ich werde ihn nicht verwenden. Oh. Was ist das? Warte, wie stark ist der? Oh. Ähm. Ich gebe uns auf. So. Oh. Oh. Beide. Oh. Oh, das wäre jetzt. Oh. 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 Mann, ich krieg den nicht down, ich krieg den nicht tot. Oh Gott, Mann, ich werd geboren, heated von dem. Ah, ich bin tot. Die Tower stand forever, for I am a Monument to Pain. Ja, gut. Und wie er den Läger abbekommt, oh Gott. Ach ja, das ist aber noch ärgert. Okay, wir machen mal die andere Mission, wenn du wenigstens eine Basis hast. Ah ja, cool. Das war geplant natürlich, wenn ich hier dann vielleicht das aktivieren kann. So, wo sind wir denn hier? Ähm, hallo? X. Ah, da, nice. Ähm. Wo ist das, hallo? Ah. Mhm. Oder wie weit das alles entführend ist? Und da hinten, da war wirklich was hier. Hallo? Ah da, vorne. Hier, hier, hier. Und da. Passt. Wir könnten den Außenposten hier wegmachen. Probieren wir das mal. Beschaffen wir das. Oder... Denied. Wieso? Aber wieso habe ich hier noch vier Pfeile? Das ist nicht so geil. Ich will schon mehr Pfeile haben, was noch vier. So, passt. Mach mal. Schleichen getötete Feinde. Mach was, wir töten den einfach so. Also Vorsprung gleich. Und zack. Wie, ich hab nicht für 50 Sekunden noch mal. Nicht, wie ich die gar nicht töte, wenn ich die oben schütze. Weil... die mir, ähm... die könnte ich übernehmen. Aber egal. Tugok ist erschienen. Tugok, der Schüchterne. Oh, der Schüchterne. Tugok, der Kaffee, ist für mich hier. Der Kaffee, ist schon verrückt. Warte mal. Oh, der Halt. Komm, fliegt runter. Und zack, das ist meiner. Ich bin hier runter von dem. Brauch ich nicht. Bist du das? Dann... ...dass ich mein anderer. Toll. Ja, soviel ich mich wieder. Oh. Ist das ein 2? Ist das ein 2? Putz. Ah, durchstechen wir es auch. Ach du, was soll ich? Ich kann auch... ...mock bezwingen. Er hat auch... Geht auch. So. Das nächste. Soll ich mir vorgehen oder so? Da. Da hab ich schon was gefunden, Leute. Ob und um. So. Komm, ich stirb schon. Die Daumen. Oh, du zu slow. So, zack. Mit dem Hammer einschlagen. Kein Problem. So, wir haben hier ein paar Flüchte. Ja. Ja. Ich hab da. Du bist auch gleich daumen. Sehr gut. Man, da ist man fährlich. Oh. Würd' ich beherrschen? Na ja. Ist das spät zu? So kommt der Kackspiel-Tämpfer da her. So, kein Moment. Was haben wir denn da zur Verfügung? Gegen ihn. Na du. Ist sicher, ist sicher. Alter. Rundlich. Ob ich immer mit zwei Helds machen kann, ne? So. Warte ich nach hinten. Dann E drücken. Ja. Und jetzt so. Er ist tot. Oder? Nein, nicht ganz. Oh, schade. Ach nee, falsch. Falsche Richtung. Zack. Zack. Er ist tot. Uh, trotzdem tot. Ach komm. Oh ja. Zack. Er geht runter. Alter. So. Kein Problem für uns. Was? Nein. Ich hätte ihn. Oh. Wieso? Ich hätte ihn beherrschen können. Oh, klar. Oh, klar. Oh, klar. Oh, klar. Hier. Was? Oh, was? Oh, was? Ach, was? Oh, klar. Oh, klar. Jetzt wird er so stark. Oh. Alter, ich kann ja nicht kaum Kontern. Ich kann nicht, ich krieg nicht kaum mehr Kontern. Dankeschön. Geh dauernd bitte. Dankeschön. Alter sind sie schwer zu töten. Ja gut, dann reine ich jetzt mal einfach. Nee. Dann machen wir so, dann bane ich das jetzt mal hier, diese Aufnahmesession. Und wir sehen beim nächsten Mal weiter, wie wir weiterkommen können. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Wenn ihr noch kein Abo gemacht habt bei mir. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.